Schönen guten Tag, mein Name ist Martin Kausch. Heute zeige ich Ihnen ein Reihenhaus in Kommern. Die Besonderheiten dieses Hauses sind der gute Pflegezustand, die zwei modernisierten Bäder, sowie der gemütliche Wintergarten. Dieses Haus ist ideal für die junge Familie. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei der Besichtigung dieser interessanten Immobilie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, rufen Sie mich gerne an. Mein Name ist Martin Kausch. Gerne bin ich auch Ihnen behilflich bei dem Verkauf Ihrer eigenen Immobilie.